Herzlich Willkommen zu Trackmania 2 Canyon, dem neuen Rennspiel bzw. der Fortsetzung der Trackmania Serie. Bekannten bekanntesten mit Sicherheit Trackmania Nations und Trackmania United, auch mit dem Forever Update, also Trackmania Nations Forever bzw. Trackmania United Forever. Trackmania Nations, die freie Variante, Trackmania United, das zum Bezahlen. Ja, ich dachte mir, wir fahren heute einfach mal ein bisschen auf einem Server herum. Und zwar will ich aber vorher einfach nochmal ein anderes Auto mir aussuchen. Nehmen wir mal das hier, schön rote-weiß. Und dann gehen wir, ich möchte die Erinnerung speichern, ja. Da, 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 Online-Spiel und ich habe mir schon den Server meines Clans, XR, hier in die Favoriten gepackt. Und da werde ich jetzt beitreten und dann werden wir sehen, was da passiert. Wir werden einfach mal heute gucken, ja, ein bisschen fahren, dann ein bisschen uns angucken, wie Strecken aussehen, die andere bauen. Meine erste Track, habt ihr ja schon gesehen. Und hier sehen wir also das Intro eines Tracks, das kann man in Trackmania auch machen, wenn man den Track baut, dass also vorher was angezeigt wird. Und hier sehen wir also auf dem Server mein Auto. Und ich bin gleich so weit, dass ich hier losfahren kann. Ich sage nur dem Kollegen kurz Bescheid, dass ich wieder da bin. So, ah, und? Passiert da was? Als die Aufnahme läuft, da hängt der Server, ich weiß es jetzt nicht. Was da gerade so lange dauert, nunfalls schneide ich das Stück hier einfach raus. Gerade eben konnte ich jedenfalls einwandfrei fahren. Ja, damit hier funktioniert, aber... Hängt jetzt der Server? Nichts passiert. Schauen wir mal. Gehen wir mal raus. Und... Wenn man es gerade zeigen kann. Hier hat man also eine Serverliste und viele Möglichkeiten, Server auszuwählen. Die empfohlenen Server, das bezieht sich immer so auf den eigenen Schwierigkeitsgrad, auf den eigenen Level, auf den eigenen Skill, den man beim Fahren erreicht hat. Na, hier werden also dann Server ausgewählt, wo der Durchschnitt der Fahrer, die gerade auf diesem Server fahren, in etwa so stark ist wie man selber. Das wird also mit der grünen Lampe angezeigt. Wenn wir hier mal gucken, dass wir einen anderen finden. Hier haben wir zum Beispiel, hier ist also der Durchschnitt der Fahrer besser als ich, etwas besser als ich. In Rot würde heißen, noch viel besser als ich. Das Dreieck nach unten heißt, der Durchschnitt der Fahrer ist schlechter als ich. Das heißt, ich werde dort wahrscheinlich die Rennen gewinnen, aber ich werde hier keine Punkte oder nur sehr wenige Punkte für die Rangliste machen. Ja, das kennen wir eigentlich schon aus. Trackmania United. So, ich will nochmal gucken, ob wir jetzt hier raufkommen. Beitreten. Und ich bin da gerade in den Map Change reingelaufen. Schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Taste drücken. Zack. Und die Streike kennen wir doch schon. Ah, da haben wir den Countdown. Und dann kann es also losgehen. Schauen wir mal, wie sonst hier. Hier, da ist der Checkpoint. Da muss mal so rum. Das wird mal wahrscheinlich driften müssen. Ja, und das ist also ein Problem, was ich häufig habe bei Strecken, die ich nicht kenne, dass ich mich hier einfach nahtlos verpranze. Beziehungsweise den Weg nicht finde. Und ihr seht, die Streckenbauer haben also schon die... Ja, driften. Okay. Ihr seht schon, die Streckenbauer haben den neuen Teilesatz schon so verinnerlicht, dass die also wirklich die kompliziertesten Strecken da bauen können. Mit Transitions und Übergängen und allem drum und dran. Das ist also jetzt hier keinesfalls so, dass wie bei einer Modelleisenbahn da nur Bauteile aneinandergefügt werden, die auch wirklich aneinander passen oder dafür gedacht sind, aneinandergesetzt zu werden. Sondern, ja, hier geht es also auf dem Niveau weiter, wo man bei Trackmania United und Trackmania Nations aufgehört hat. vom Dreck bauen her. So, wollen wir mal sehen. Jawohl, hier geht es jetzt weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Das ist erstmal eine relativ einfache Passage, aber hier kann man schön zeigen, solange ich auf der Straße bin, habe ich Drift. Aber... So, ähm, sobald ich hier von der Straße abweiche, äh, also auch so mit einem Reifen auf den Dreck komme, äh, ist der Griff weg. Ja, und ich fange hier dann also an zu schleudern. Und wir werden auch dann jetzt mal testen, wie weit man die Trackmania Karre zerlegen kann, ohne dass sie wirklich zerfällt. Es ist nämlich ein optisches Schadensmodell dabei, das heißt, wenn ich also hier irgendwo gegenkrache, dann nimmt meine Karre tatsächlich Schaden. Wird also nicht nur dreckig, ihr seht es hier an der Motorhaube, die ist eingedellt, die werden wir mal noch ein bisschen schlimmer zurichten. Und... So, schauen wir mal. Das hat allerdings keinen Einfluss auf das Fahrverhalten, das bleibt also unverändert. Und jetzt muss ich auf der Strecke bleiben, da haben wir eine schöne Schikane. Und Abfluch, jawoll, und ihr seht, hä hä, ja, Motorhaube fängt an sich zu lösen. Kofferraumdeckel wird auch gleich wegfliegen. Weiter geht's. Türen werden sich auch bald verabschieden. So, komm, hier. Wollen wir mal sehen, dass wir hier weiterkommen. Hahaha. So. Ah, ja, die Kurve ist nachher sicherlich dafür gedacht, dass man hier gelüftet. Ups, nicht so heftig. Für eine hohe Kombination zum Driften, denke ich mal, wird das. Jollo. Und wir haken uns hier wieder an der Leitplanke fest, kommen aber wirklich hinter. Ja, wir wollen ja sehen, wie viel Schaden wir tatsächlich hier dem Auto zubüfen können, wie weit das mit dem Schaden so schnell geht. Die Kurve wird wahrscheinlich, wenn man es richtig fährt, den Dreck vorher auch gedriftet werden müssen. Geht's jetzt hier lang. Da verabschieden sich. Motorhaube und Kofferraum. Okay, das Auto wird leichter, ne. Gewicht sparen muss man ja. Hier muss man driften, wenn man's richtig macht. Hier, wenn man's auch muss. Sonst kommt man hier nicht um die Kurve rum. Ich nehm hier mal alles mit, was sich so anbietet. Äh, ich fahr halt jetzt eigentlich ja auch das erste Mal. Na, das, ähm, ist es ja. Auch der Reiz bei, wenn man ja und jetzt beziehen müsste. Aha. Was ist denn das hier für? Die kenne ich ja noch. Aha. Zu dem zweiten Key. Das ist noch eine Stelle. Dann ist da jetzt die Führung. Das Teil hier. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen. Aber gut. So. Noch eine kleine Strecke. Die Strecke teilt sich kurz. Und wir sind im Ziel. Huh. Ja. Also Zeit kann man natürlich vergessen. Auf der linken Seite seht ihr also hier die Bestzeiten. Eine Minute rund. Soll man hier brauchen. Mal sehen. Und wenn ich jetzt neu am Start bin, ist natürlich das Auto wieder komplett repariert. Jedenfalls optisch. So. Dann nehmen wir mal zu, dass wir hier sauber sind. Da, 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 da. Okay. Haben wir uns einfach kurz überschlagen. Ähm. Ist ja auch ein wesentliches, äh. Elemente in Frankvania. Da haben sich also Leute wirklich darauf spezialisiert. Ähm. Stunts zu verarren. Freestyle. Zufahren. Die halt die Skateboarder und da klar so Tricks und Kunststücke zu machen. Ähm. Die natürlich besser aussehen als das, was ich hier unabhängig fabriziere. So. Sollte ja klar sein. Aber ich bin schon deutlich schneller unterwegs als beim letzten Mal. Bei der letzten Runde. Schauen wir mal. Hier kommt ja jetzt die Hinkskurbe, die man schön driften soll. Das ist hier dann auch besser geklappt als beim letzten Mal. Das hab ich schon mal drückt rein vorher. Trotzdem jetzt die Heckscheibe mal abgelegt. Ja, diese S-Kurbenkommunation hat es halt in sich. Der Track selber ist relativ kompensionell gebaut, muss ich mal sagen. Ja. So Stück an Stück. Und hier oben hier. Ein bisschen schlecht beleuchtet. Vielleicht kann auch daran liegen, dass ich alles hier richtig bin. in die Sonne geblendet werde, die durch mein Fenster reinschaut. Ja. Ich weiß nicht, ob ich auf Trackmener spielen will. So. Ihr seht also 1,23 habe ich geschafft, mich rangearbeitet. Und so verbessert man sich halt immer. Je öfter man den Track fährt, desto besser kennt man ihn natürlich. Man kennt die Tücken Schikanen, die er hier so hat. Und kommt eben an den entscheidenden Stellen noch besser durch. Hier zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich hier gewusst, dass ich hier schön driften kann. Das klappt so halbwegs auch wesentlich besser als beim letzten Mal. Haha. Ja. Und, äh, ja auch hier zack. Drift. Ach ja. Mensch. Gar nicht mal so schlecht. Neun Sekunden habe ich nochmal rausgeholt. Im Vergleich zur letzten Runde. Das wurde einem an den Checkpoints immer angezeigt. Mal. Mal. Mal hier hin. Das ist weit außen angesetzt gedrift. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, da hat es man. Muss einfach selber sehen. Äh, talalalala. Zack. Getötet. Ein bisschen überdriftet, aber wenigstens nicht an die Wande geknallt hier. Jetzt zum Beispiel. Dann geht die Motorhaube weg. Kofferraum. Wer braucht das? Türen, Kammer, alles sich sparen. Ne? So, ja, damit ist jetzt dieser Track durchgelaufen. Auf dem Server wird jetzt der Track gewechselt. Meine Bestzeit hier auf diesem Track in dieser Session 1 Minute 15. Da ist durchaus noch Potenzial nach oben drin, muss ich mal sagen. Aber da ich hier alleine gefahren bin, habe ich also keine Punkte für die Rangliste bekommen. Und schon geht's weiter mit dem nächsten Track. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Auf geht's. Oh, schönes Intro, schöner Effekt hier gemacht. Das ist, wie gesagt, direkt mit den Bordmitteln von Trackmania gemacht, so eine Sache. Da, die Intros für den Track. Da hat auch jeder so seinen eigenen Stil, ob er überhaupt eins macht. Und wenn ja, wie aufwendig. Da gibt's auch richtig kleine Kunstwerke. Das ist der Track, den ich hier, glaube ich, beim Tostenschwall gefahren bin. Ups, die Grip ist weg. Ich bin aber doch sauber wieder auf die Straße zurückgekommen. So, dann war hier dieser Tunnel. Den Track hätte ich schon ein bisschen die Steilkurve. Hier ist tückisch, da geht man nämlich leicht über den Rand weg. Gerade, wenn man aus dem Tunnel kommt und von der Sonne geblendet wird. So, das ist auch umrufsichtigt. So, da kommen wir uns mal ein bisschen zurecht. Ah, da wird eine Rechtskurve angezeigt. Also, schön gedriftet, wollte ich gerade sagen. Ja, aber doch. Ja, und jetzt hier ein Uping. Klassisches Element aus allen Track Manias eigentlich, dass man hier solche Ups baut. Hier geht's also auf der linken Seite weiter. Ja, verfahren. Okay. Ja. Genau, also die Rechtskurve, wo wir hier so schön durchgedriftet sind. Und schauen wir mal, jetzt mal hier ein Uping. Ich bin durch die Müst und entsprechend schrubt. Und, wie geht's dann hier weiter? Wir machen ja auch hier durch und dann hier in den Drift rein. Und, zack, gleich wieder nach rechts. Und nochmal nach rechts. Das ist bei Speed, sind das natürlich schöne Drifts. Ich bin jetzt ja hier ein bisschen langsam unterwegs, weil ich aus dem Weg rausgekommen bin. Ja, und. Ja. Ah. Okay. Da sind wir durch. Das ist hier nämlich ein sogenannter Multi-Track. Hier, das ist Start und Ziel gleichzeitig. Ja, und wenn ich also durchs Ziel fahre, starte ich gleich die nächste Runde. Wo wir sehen, wie sich jetzt hier die Zeiten vermessern, wie ich mir also diesen Track hier erfahre. Und halt immer besser werde. Das ist so, ja, das ist, was ich vorhin beschrieben habe, dass man halt aus dieser Steilkurve sehr leicht rausfliegt. Genau. Ich setze einfach am letzten Checkpoint, den ich passiert habe, wieder ein. Und komme dann hier sauber raus. Gehe dann wieder in den Tunnel rein. Und das ist die Straßenpassage hier, wo es halt schwierig ist, nicht auf den Rand zu kommen und rückzubehalten. Am drift. Da weiß ich ja, es geht hier runter, da muss man ein bisschen auftraten. Und schön Speed mitgenommen hier. Und den Looping, da ballern wir jetzt mal richtig schön durch. Und hier, das war auch, jetzt kommt der Drift. Ja, ein bisschen Rad angesetzt. Ich bin jetzt gut verloren, aber ich kann hier weiter driften. Durch die Flüge durch, die hier auch noch mal trifft. Ja, die kann man natürlich auch freischwebend einbauen. Das sind ja Sachen, dass es dann besonders hart verraubt, wenn man also da ein bisschen schmales Stück Beton hat und dann hoch und Luft. Zack, und rein in den Drift hier und rum, da. Ja, schön den Kuster mitgenommen. Zack, der Looping, ja, da war ich ein bisschen. Und zack, zu spät in den Drift rein, deswegen Wande geknallt. Ich fahre mal, wenn ich das jetzt hier eine schöne Geschwindigkeit draufkriege. Und jetzt geht es ja in die Zielkurve, wo ich schon da ist, die muss ich ein bisschen ein bisschen häng nehmen, damit ich hier also im Inneren rauskomme. Ja, so häng wie ich, aber so, jetzt habe ich erstmal durch das Ziel schön Speed mitgenommen, das wird jetzt auch wirklich eine gute Runde, wo ich eine gute Zeit rausfahre. Wenn ich hier nicht, äh, das ist eine Steilkurve rausfliege oder noch eine größere Katastrophenbierbauer, wollte ich gerade sagen. Ach, wie einfach. Zack, auf die Strecke und weiter geht's. Durchhalten hier. Zack, schon weiter. Und, äh, ja, diese Schilder zum Beispiel, das ist auch so eine Sache. Und, äh, die Beschilderung des Tracks, was also hier rechts und links hoch und so weiter angeht, diese schwarz-weißen Schilder mit der Ratte, die sind also kaum von der Mauer. Äh, die Strecke sind hier mit eingefügt worden. Ja, da kann man auch selber bestimmen, wie die Schilder aussehen. Und, äh, die Asmode platzt, wenn man den Tracker fährt, dann kriegt er den auch entsprechend mit den Schildern an der Zeichnung, dann können sich also die Künstler richtig austoben. Ja. Ich schaue wirklich hier mal so durch. Die Karre ist schon ziemlich litiert, zieht aber immer noch natürlich, als ob sie neu wäre. Und, äh, wie gesagt, das Schadensmodell ist nur optisch. Ja. Das ist ja auch so eine Besonderheit von, äh, Macmania, dass man, äh, an den Fahreigenschaften des Autos nichts ändern kann. Durch, durch Tübing oder sowas, das gibt's hier alles nicht. Sondern alle müssen mit derselben Fahrfüßig klarkommen. Und, äh, sich halt drauf einstellen. Bei Trackmania United gab's halt mit den sieben Umgebungen auch sieben verschiedene Grafphysiken. Da war halt dann eben auch von jedem was dabei. Äh, bei Nations natürlich nur eine. Und jetzt bei Trackmania Canyon auch erstmal nur eine Canyon. Mal sehen, was hab ich hier für eine Zeit rausgefahren. 1.02. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Na gut. Die besten Zeiten sind hier noch 10 Sekunden runter. Das ist so ungefähr mein Standard, mein Level, den ich hier erreiche, äh, beim Fahren in Trackmania. Ich bin also, wie gesagt, kein allzu guter Fahrer. Einen Track werden wir hier einfach mal noch mitnehmen. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, da sehen wir, das ist also schon wieder so ein richtig zusammengebauter Track. A cool Track heißt er hier. Schauen wir mal, was er uns bietet. Ja. Aber, oah, 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 oah. Und hier geht's dann, das ist eine Ecke und das muss getriftet werden. Und hier kann ich auch schon mal vor. Und hier ist es dann, das ist ein bisschen da lang, sondern... Da lang, so wie es aussieht. Okay. Aber man muss sich halt häufig auf den Tracks, auf den Strecken erstmal zurechtfinden. Das ist natürlich eine interessante Sache, ist auch eine Herausforderung. Es gibt Spieler, die können das gut, es gibt Spieler, die können das nicht so gut. Die müssen halt erst mal ein paar Mal fahren, bevor man sie kennenlernt. Und das ist halt auch mit einer Einreiz an die Schöpfania, dass man eben erstmal eine Strecke erfahren muss. Und jawohl, hier haben wir wieder einen schönen Übergang, Sprung. Und hier sieht man dann, geht's weiter, ist ausgeschildert, zack, auch nochmal ein schöner Sprung. Einen schönen Übergang, wenn man den dann nicht mehr sehen, sind wir auch richtig zu los. Und der Sprung hier zum Beispiel ist ab ins Ziel. Ja. 1.17 und die Bestzeiten sind 56 Sekunden. Ja, ich denke mal, ich habe da noch ein bisschen Potenzial, dass ich da noch was ausholen kann. An Zeiten, aber auch noch mal halt hier lang. Zack, ich habe hier nicht zersprallen. Ups, los. Jetzt habe ich hier den Griff richtig angesetzt. Das muss man aber hier durchkommen, ohne anzuecken, um Speed zu verlieren. Und hier ebenfalls. Hahaha. Jo, das lässt sich doch gut an, wollte ich gerade sagen. Bevor ich mir hier die halbe Seite aufreiße. Ne, 4 Sekunden habe ich hier schon mal eingespart. Und trotz des Crashs bin ich also hier Fixer unterwegs. Ja, manche Tracks erfährt man sich eben auch leichter. Die haben einen Fluss, wie man sagt, einen Fluss. Ja. Ups, das sind Teile. So, ho, 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 und Abflug. Ähm, doch so kommt, wie man sie erwartet. Halbwegs, dass das Ganze also, ja, einen schönen Fluss hat beim Fahren. Ja, der Begriff sagt es eigentlich auch schon. Und ja, verschwindet sich wieder in der Haube. Jetzt habe ich hier mal den Fluss schön erwischt. Da sehen wir hier den Drift erwischt auf zwei Rädern. Geht das, glaube ich, nicht so gut. Aber egal. Ja, wir lassen uns weiter. Wenn man nicht den Laternenfall mitgenommen hätte. Ja, das ist halt auch der begehrtes Prinzip, sag ich mal, was man versucht zu erreichen, wenn man also Tracks baut. Dass sie halt relativ leicht zu erfahren sind. Also easy to learn, aber hard to master. Dass es also braucht, bis man wirklich eine gute Zeit auf diesem Track herausfährt. Dass man aber mit jedem Mal, wo man den Track fährt, die Strecke fährt, merkt, dass man ein bisschen besser wird. Dass man schnell ein bisschen besser immer kennenlernt. Immer besser weiß, wie man welche Schikane zu fahren hat. Wo man driften muss und wie man driften muss. Und wo man besser nicht driftet. So eine Sache. Zum Beispiel solche Manöver. Wie man sich die erspart. Ähm, okay. Ich fange mal ja vom Checkpoint an. Ja, egal. Mit der Zeit. Das ist jetzt hier der letzte, äh, oder der Abschlussgritt, sag ich mal. Ja, danach würde ich hier dann auch noch ein Rennen. Und das Video rendern und dann den Sonntag hochladen. So. Ähm, ich habe hier auch die Grafik ein bisschen runtergedreht. Damit ich halt flüssig spielen kann. Ja, ähm, ich habe hier also jetzt eingestellte Auflösung von 800x600. Wird halt ein bisschen bloß auf der, äh, auf 16 zu 9 dann gezogen. Also, das Auto sieht hier so aus, als ob es einen extrem breiten Arsch hätte. Die Möglichkeit hat es einfach nur einen einfach breiten Arsch. Aber das passt halt auch zu der Karre. Die ist ja auch schön. Es wird mit Sicherheit auch bald, äh, andere Autos geben. Also andere Karosserieformen. Ähm, das denke ich mal. Aber die Fahreigenschaften werden da natürlich immer dieselben bleiben. Egal, wie die Karre aussieht. Gut. Das soll es soweit gewesen sein. Wir waren heute einfach mal auf einem Server. Ein bisschen alleine unterwegs. Konnten uns einfach mal mit ein paar Tracks vertraut machen. Ich konnte euch ein bisschen was über den Trackbau erzählen. Ähm, habe hier Glück gehabt, dass ich also drei doch ein bisschen unterschiedliche Strecken, äh, euch vorstellen konnte. Und man zeigen konnte, das Fahren darauf. Ähm, dass ihr also auch gleich ein bisschen seht, wie vielfältig die Strecken in Trackmania sein werden. Da werden die Mapper also sicherlich noch einiges rausholen. Ja, schließlich haben sie ja genug Übung da drin. Das war's für heute. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Ja, und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ich mich entweder beim Fahren auf dem Server planiere oder wir irgendwas anderes uns angucken. Na, bis dahin. Adieu mit Ö.